Eine schöne Flucht von 1.800 Kilometern, eine lange Reise mit meinem neuen Motorglider. Eine Reise von 1.800 Kilometern in drei Sprachen. Aber ich habe Subscriber, so es gibt Untertitel. So, geschafft! Wir sind in St. Gironde und gehen dann so langsam mal nach Toulouse und die Atlantikküste. Leider gibt es noch einiges an Nebel. Die Umgebung ist hier wieder super schön, eigentlich schade wegzufliegen. Mit Ryanair nach Toulouse für 9 Euro auf 11 Kilometer Höhe. Beides werde ich nicht schaffen mit der eigenen Rückreise. Für drei Wochen hatte ich eine Training mit Piero. Und dann parkte die Plane in den Backen. Tomorrow, viel Arbeit zu kommen. Das ist zum Mal. Alles muss loslegen. Piero macht dasanochen, und ich liebe den Film. Revenger ich den Makel, ich muss ihn in einstellen. Es wird wieder schön. Hier ist es noch ein bisschen nevling. Das Clubgebäude werden wir so verlassen. Papierplanung. Also, schauen wir was das hier. Probestart. Der Vorbesitzer. Eindelijk klaar. Der Vorbesitzer. St-Gyron, wir müssen uns wieder quitter. Au revoir, danke. Informations des Focs. Focs Vector Sierra. Wir sind in November. Wir sind mit Muret. Focs Vector Sierra. Focs Vector Sierra. Muret 123-2. Focs Vector Sierra. 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 Delta Kilo Bravo Bravo Whisky. Oui, bonjour. C'est ça, le Delta Kilo Bravo Bravo Whisky. Au décollage de Saint-Iran. Destination Saburo. On est par route pour Rommel. Pour São Voli Rommel. Focs Vector Sierra. Delta Bravo Whisky. Aficial Transomber 7.030. QNH 924. Et le type d'Ironess. OK. Aller, Zeta, geht schon ab. Und am B. Focs Vector Sierra. Wir müssen ab. Wie heißt diese Ecke? Ah, das ist Oxytanid. F Yaz-Uti. Vachita niks. YES! 3 Wochen vorher waren wir auch in France mit meinem kleinen Trailer Wir haben viel Training auf den Grop und hatten auch eine kurze Zeit. Es war wirklich großartig. In Saint-Girol we found a little castle to stay those days. Our dog is very, very, very happy. Die vleugels monteren, de motoren onderhouden. En het flieger zelf leer ik in 3 dagen met prachtig weer. Wat een geluk! The third day I fly solo in this beautiful environment. We leave the plane in top condition for 3 weeks now. And I'm fully trained. So, jetzt geht's weiter. Castles, rivers, little mountains. Until we reach the Bordeaux area. And the beautiful Atlantic coast. Wieski, information de trafic. 2h, 3h, 500 feet low. Un DR400 au départ de Bergerac. Ok. Oui, c'est bien fri, merci. So, Juillet de Québec, information de trafic. Un Grob 109, qui est dans vos 11h, 10h, Saint-Sentier-Haut. Pardon? Quelle type d'avion, s'il vous plaît? Un Grob, un Grob 109. Reçu, pour votre Juillet de Québec. C'est votre planeur. Demerge? Ba rare finner. Et deux heures, trois heures. C'est votre tenue. D'accord, faites ce exemple. Et là, entrez vos penetrate. Unけど à 3h, 1h. In Este Camilhin. C'est votre position. Parfait à crois кру um. Un des dizemnes. Parfaits très bien sitting. Un des taux 대표iciens lack puis emin isône. Oui, l' атrod 579 Date. Okay, das ist ein Wettbewerb. Nein, das ist ja nur für den Fremden. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Ich weiß nicht, ob du es das ist, dass es ein Wettbewerb der Zeit ist. Haha, gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist eigentlich eine große Umweg, aber es lohnt sich die moeite. Atlantic Inside Restricted Area 0.5 Kilometer ahead Achteraf gezien had ik veel langer links over het water moeten vliegen Restricted Area 0.5 Kilometer Restricted Area 0.5 Kilometer Restricted Area 0.5 Kilometer Restricted Area 0.5 Kilometer Also der nächste Schritt ist froyant. Was machen wir? Halten wir oder gehen wir weiter? Vielleicht ist es besser weiter zu gehen. Ja, ich glaube ja. Ich würde auch gerne weiter gehen. Wenn es richtig problem ist, dann kommen wir wieder rein. Sprit brauchen wir keinen. Reaktion Detta Bravo Whisky. Ich habe eine große Klinik im Stuttgart. Ich habe die Radioradar. Für die FK, die FK, die FK, und die FK. Ich habe die Radioradar. Reaktion, ich habe die Radioradar. Detta Bravo Whisky. Für die FK, für die FK. Das ist der FK, die FK. Ja, ich habe die FK. Ja, ich habe die Radioradar. Ja, ich habe die Radioradar von Aquitän. Ich habe die Radioradar von Aquitän. Ich habe die Radioradar über die Radioradar. Und dass ihr autorisiertes auf die Frequenz der FK. Ich habe die Radioradar. Ja, ich habe die Radioradarar. Ja, ich habe die Radioradar. Hallo. Es ist ein Graf 109, Delta Kilo Bravo, bravo Whisky, aus St. Giron, von Châteauroux. Wir sind im Süd des Ihres Instalations. Wir haben hier den Frik mit dem Parachutage. Wir gehen nach dem Süd-Este von Ihnen. Bravo Whisky, ich confirm. Keine Verticale Arroyant, Parachutage in cours. Und das QNH 1023. Wir gehen nach dem Ausfall in Phuketik. Du bist in Frik-S commercial oder Frik-S installed. Eine Ausfalle. Sie hat den Frik mit dem Parachutage in die Einstreck-Karten. Vielen Dank. Wir werden die Ausfalle, Liquid, die WRC-Safdrehten für ein Ausfallein. Wir werden ein Ausfallein ohne Frik und das BDF gesteigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Passant, Passant, Passant Ein deutscher Grupp, hat holländische Farben. Schön war's. Delta, bravo Whisky, vous allez à Châteauroux ? Oui, on ferme, destination Châteauroux. Châteauroux de bravo Whisky, bonjour. Châteauroux Whisky, Châteauroux, bonjour. Oui, donc c'est un motoplaneur Groupe 109, Delta qui ouvre à vous. Directement intégré une base 0-3, main droite ou main gauche au choix. D'accord, on préfère terminer verticale si vous voulez. Des verticales. Merci pour la verticale. Donc vous pouvez faire De Brunげhofer. Il faut aller au rendez-vous indique. On doit aller au niveau de la Rei. Ok. Tu! So, Nabeem 0-3, left traffic, midfield crossing, downwind 0-3, report base and a nice final. Simpel. Volgens mij had de tower een clearing gegeven voor straight in Piero Wilde, de verticale. En dat is dan dit mooie rondje. Het is een piste. De 5e. Nabeem 0-3, de 8e. De 7e. De 8e. De 9e. De 9e. De 8e. Flying around the big airfield is really beautiful. But now we have the final, let's see what I can do. Air France is playing with touch and go. Tomorrow we will do the same in the next video. In video 2 of this journey we got almost arrested. Subscribe to this channel and you will not miss it. Also, be quiet back to the front and back to the back. I think it is a lot of work to do so in the videos. It will take a month. It will take a long time. Now I am in command. You do it like that. Good. Stop, stop, stop. If you have everything in live, fly this flyer. Leave the rest. Thanks, Piero. A pity. Only two days this flight with you. Tomorrow we continue to Lingen in Germany. You will only be in the middle in the back. Uh, you will always wait. You will be there.